Gottes Reich ist mitten unter uns. Tatsache ist, dass die Kirche in der Gesellschaft nichts mehr zu sagen hat. Dass unsere Gemeinden erst älter und dann kleiner werden. Ich glaube nicht, dass sich das Blatt doch noch wenden wird. Die Wahrheit ist, die Kirche in Deutschland steht kurz vor dem Haus. Ich weigere mich zu glauben, dass ich als Pfarrer etwas tun kann. Dass Gott seine Kirche weiterbauen will. Generationen vor uns haben das schon geglaubt. Es steht doch klar vor Augen, dass heute so viele ausbrennen. Es kann unmöglich sein, dass das bei uns anders sein wird. Dass Gott eingreift. Ich bin überzeugt, man kann den Lauf der Dinge nicht aufhalten. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen. Gott kümmert sich um uns. Aber in Wahrheit glaube ich genau das Gegenteil. Gott kümmert sich um uns. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen. Man kann den Lauf der Dinge nicht aufhalten. Ich bin überzeugt, dass Gott eingreift. Dass das bei uns anders sein wird. Es kann unmöglich sein, dass heute so viele ausbrennen. Es steht doch klar vor Augen. Generationen vor uns haben das schon geglaubt. Dass Gott seine Kirche weiterbauen will. Dass ich als Pfarrer etwas tun kann. Ich weigere mich zu glauben. Die Kirche in Deutschland steht kurz vor dem Aus. Die Wahrheit ist, dass sich das Blatt doch noch wenden wird. Ich glaube nicht, dass unsere Gemeinden erst älter und dann kleiner werden. Dass die Kirche in der Gesellschaft nichts mehr zu sagen hat. Tatsache ist, Gottes Reich ist mitten unter uns. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!